Also ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem kleinen, einstündigen Webinar, das dazu führen soll, dass Sie sich erstens mit dem Gedanken auseinandersetzen, Video und Telefon, Technologien zu verwenden, um Konsultationen mit Patienten zu halten. Aber gleichzeitig, falls Sie sich schon darüber Gedanken gemacht haben, Ihnen auch das notwendige Handwerkszeug an die Hand gibt und dazu führt, dass Sie mehr Zuversicht und Selbstvertrauen haben, die Technik auch anzugehen und auszuprobieren. Ich möchte, bevor ich anfange, mich bei der OSD bedanken, insbesondere bei Lukas und Elena und David, die dafür gesorgt haben, dass das hier innerhalb von zwei, drei Tagen auch auf Deutsch verfügbar war. Ursprünglich ist das eine Initiative, die ich vor jetzt gut zwei Wochen gestartet habe und dann innerhalb von drei, vier Tagen Kontakt gesucht habe zu vielen Forschern und Therapeuten, insbesondere hier in Großbritannien. Ich sitze gerade in London und die haben ganz tatkräftig dazu beigetragen, dass hier dieses Webinar auf die Beine gestellt werden konnte. Wir haben so eine Art informelles Peer Review gemacht mit einzelnen Teilen des Webinars. Das heißt, das, was ich Ihnen präsentiere, ist nicht nur auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern ist informiert durch die aktuelle Forschung, aber auch durch die Erfahrung, die Therapeuten damit schon gemacht haben. Und außerhalb von Deutschland ist das schon wesentlich gängiger. Deswegen haben Sie da jetzt den Vorteil, den Input hier zu bekommen. Also erst mal vorweg vielen Dank an alle Teilnehmer und Mitwirkenden hier. Es freut mich auch, dass Sie es alle heute so zahlreich geschafft haben. Das kommt auf Sie zu. Ich werde mich nicht lange mit der Forschungslage aufhalten, sondern es geht mir wirklich sehr darum, Ihnen die ersten Schritte zu erleichtern, das Ganze auszuprobieren. Viele von Ihnen haben sicherlich Bedenken und auf die gehen wir gleich ein. Aber hoffentlich ist davon vieles am Ende dieses Webinars beantwortet und vor allen Dingen ist dieses Webinar auch Teil von der Idee, Sie miteinander zu verknüpfen. Wir haben also eine Facebook-Gruppe auf die Beine gestellt und eine Ressourcensammlung, die dazu da ist, Ihnen auch dann hinterher beiseite zu stehen und nach dem ersten Mal oder nach den ersten paar praktischen Erfahrungen sich auszutauschen, Patienten zu besprechen, anonymisierter Art und Weise natürlich, sodass Sie damit nicht alleine gelassen sind. Bevor wir anfangen, den Hintergrund, den brauche ich Ihnen nicht erklären. Also als ich die Idee hatte, das zu machen, das war hauptsächlich dadurch motiviert, dass hier in London, das ist die Karte von vor zwei Wochen, die Situation so war, dass eine Spannung bestand zwischen der Frage, soll ich noch in der Praxis bleiben, kann ich dem Patienten hier noch helfen oder ist es inzwischen verantwortungslos, das zu machen. Die Situation hat sich dann, wenn Sie jetzt auf die Karte schauen, im Laufe der letzten zwei Wochen natürlich deutlich verschlimmert. und auch in Deutschland, selbst wenn die offizielle Empfehlung nicht ganz eindeutig sein mag, denke ich, sind die meisten Leute doch auch davon weg, jetzt hier direkt am Patienten zu arbeiten. Und ich war mir dessen bewusst, dass das Ganze für mich als Therapeuten, für meine Praxisinhaberin, bei der ich arbeite, aber auch für die Patienten ein Riesenproblem ist, einfach mangelt es eine Alternative. Und Videokonsultationen sind jetzt im Moment eine der wenigen Alternativen, die echt die Möglichkeit bieten, für sich selbst, und das sehe ich auch ganz pragmatisch, eine Art Einkommen noch zu erhalten, gleichzeitig aber auch in der Zeit, in der es für Patienten, selbst mit einem akuten Rückenschmerz, schwierig ist, überhaupt noch Kontakt zu Ärzten zu bekommen oder zu Primärversorgern, in der Zeit dann auch die Möglichkeit Patienten bietet, entsprechende, entsprechende, entsprechende medizinische Einschätzungen zu bekommen und gleichzeitig vielleicht, das wird gerade in so einem Großraum wie London hier, vielleicht wichtig werden, auch dazu sorgt, dazu führt, dass die Leute es dann halt nicht versuchen, gleich zum Hausarzt zu gehen, der auch wahrscheinlich sowieso überlastet ist oder gar nicht in der Lage ist, die Leute zu sehen. Also inzwischen stellt sich diese Frage nicht mehr, Praxis oder nicht, zumindest für die meisten, und in London ist ja alles zu und auch in Deutschland sind die Ausgangssperren ziemlich rigoros. Aber, um wieder auf unser Thema zurückzukommen, warum machen wir das eigentlich nicht schon länger? Und Sie sind jetzt unter anderem hier, weil Sie sich das offensichtlich ja noch nicht ganz zutrauen oder noch nicht damit Experte sind. Deswegen die Frage, was ist Ihre Motivation hier zu sein, was sind Ihre Bedenken in Bezug auf Videokonsultationen in der osteopathischen, aber speziell auch in der physiotherapeutischen, chiropraktischen Praxis? Also das noch vorweggestellt. Es dreht sich hier nicht nur um Osteopathen, auch wenn das durch eine Osteopathie-Schule gefördert ist, sondern es geht um Manualtherapie und Körpertherapie allgemein. Also wenn Sie jetzt mal die Chat-Funktion wieder nutzen und kurz reinschreiben, was Ihre Gedanken sind. Okay, also wir haben hier schon ein paar Fragen drin. Die Abrechnung ist die Frage, rechtliche Situation, dass es nicht so effektiv sei. Was haben wir noch? Kurz ein Wort vorzweck, während Sie noch schreiben zu den Fragen. Wir werden die sammeln. Lukas sitzt auch am Rechner in Deutschland und schreibt ein paar Fragen raus. Die werde ich dann hinterher beantworten. Also wenn Ihnen was einfällt, dann kommen wir darauf hoffentlich dann noch zurück. Wie funktioniert die Anamnese? Dann fungiert er eher als Berater und nicht als Behandler. Ja, Datenschutz, wie soll denn so eine Behandlung aussehen? Okay, und dann Abrechnung, Placebo-Behandlung, Fragezeichen. Ich weiß nicht ganz, was damit gemeint ist. Okay, was mit welchen Leuten, Erfahrungswerte, Hinschwemme. Mein Gesicht verschwimmt immer wieder. Das wäre für eine Telekompetition sicher ungünstig. Technische Schwierigkeiten, genau, ganz richtig. Okay, super. Also, vieles von dem, was Sie hier genannt haben, findet sich auch in der qualitativen Forschung wieder. Wir haben natürlich vorweg die Sicherheitsfrage. Als Primärtherapeuten sind wir es gewohnt, die Patienten Sehnen anpassen zu können, physisch untersuchen zu können. Die reine Qualitätsfrage, kann ich das gewährleisten über eine Videokonsultation? Aber dann gleichzeitig auch der Zweifel, dass man dem Patienten über das Telefon überhaupt helfen kann. Also, reicht es, Leute zu beraten? Ich bin ja doch Manualtherapeut. Vieles mit dem, was ich mache, ist mit den Händen. Und das ist was, worauf ich hoffentlich später auch noch ein bisschen eingehen werde. Das ist natürlich eine große, große Sorge von vielen Therapeuten, die ich Ihnen auch nicht ganz nehmen kann. Die ich jetzt aber vielleicht im Moment zumindest pragmatisch beantworten würde und sagen kann, das ist jetzt tatsächlich eine Komponente, die sonst sehr, sehr wichtig ist, jetzt im Moment aber halt nicht machbar. Dazu später ein bisschen mehr. Dann haben wir rechtliche Fragen und gleichzeitig das Technische, was eben auch schon angesprochen worden ist. Ja, technische Probleme passieren, aber da wäre mein Kommentar auch zu sagen, dessen muss man sich bewusst sein. Das Problem haben alle Leute, wenn sie im Moment versuchen, ihre Arbeit online zu erledigen. Und solange man sich dessen bewusst ist und dann auch einen Plan B hat, dann kann man das tatsächlich mit einkalkulieren. Und es sollte dem Ganzen kein Hindernis sein. Ein paar Worte vorweg zur Telekonsultation und der Forschungslage dazu. Also ich will Ihnen nicht nur sagen, dass das Ganze eine Möglichkeit ist, sondern hoffentlich auch damit Zuversicht streuen, denn die Forschungslage ist hier tatsächlich relativ positiv. Insbesondere, und das ist das Wichtigste, erst mal vorweg, Patienten finden das wirklich richtig klasse. Und Punkte, die die Leute da dann nennen, wenn sie gefragt werden, sind zum Beispiel so Sachen, wie dass sie nicht lange hinfahren müssen, dass sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, wer in der Zeit auf die Kinder aufpasst. Und dass es auch günstiger ist, nicht lange in die Stadt reinzufahren. Teilweise reduzieren Therapeuten dann auch den Preis. Und es gibt vor allen Dingen dann auch einige Szenarien, in denen es für die Patienten subjektiv eine bessere Art der, oder als eine bessere Therapie empfunden wird, dadurch, dass der Therapeut erreichbar ist und vielleicht auch die Intervalle ein bisschen kürzer sind. Und speziell verglichen mit Face-to-Face, also mit direkten Konsultationen, ist die Patientenzufriedenheit zumindest vergleichbar. Vielleicht leicht im Vorteil für den persönlichen Kontakt, aber durchaus nicht so, dass die Patienten sagen, na gut, wenn es denn unbedingt sein muss. Dann kommen wir gleich zur Qualität und Sicherheit der Behandlung. Da befasse ich mich hauptsächlich kurz mit ein paar Studien, die sogenannte Vergleichsstudien sind, zwischen dem, was normalerweise gemacht wird, also zum Beispiel Physiotherapie in der gängigen Praxis, oder dann einem physiotherapeutischen Programm über längere Zeit hinweg, das dann über Video und Telefon moderiert wird. Gleichzeitig sind da ein paar Studien dabei, die sich mit anderen chronischen Beschwerden auseinandersetzen. Und grundlegend kann man sagen, dass in dem, was untersucht worden ist, erstmal keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass es schlechtere Ergebnisse gibt oder auch sogar gefährliche Situationen. Das schon mal ist was, wo Sie sich selbst, aber auch den Patienten die Sorge nehmen können. Dann haben wir Studien, die insbesondere bei chronischen, stabilen Beschwerden, da reden wir hier gerade von kardiovaskulären Beschwerden und respiratorischen Beschwerden, also nicht unbedingt das, was Sie in der Manualtherapie behandeln würden, sehen. Da sind die Resultate teilweise besser, als wenn die Leute nur Zugang zur normalen Praxis haben. Bei muskuloskeletären Beschwerden, also Beschwerden des Körperapparats, ist es ein bisschen gemischter. Allerdings gibt es da eine große Studie, auf die ich eben schon hingewiesen habe. Das ist hier unten Salisbury 2013, die über sechs Monate hinweg eine physiotherapeutische Konsultation und eine Fernkonsultation miteinander verglichen hat. Und nach sechs Monaten waren die Resultate gleich in Sachen Rückenschmerz. Wo es ein paar Einschränkungen gibt, sind dann sogenannte Lifestyle Interventions, also Dinge, bei denen es zum Beispiel nicht nur darum geht, den Schmerz zu reduzieren, sondern auch Gewicht zu verlieren. Da ist das Ganze nicht mehr ganz so eindeutig positiv. Oder da hat vielleicht die Videokonsultation auch Nachteile. Wenn man objektive Kriterien nimmt und schaut, wie ist denn die medizinische Versorgung, dann findet es da, finden auch da keinen Hinweis, dass in der Videokonsultation Abstriche gemacht werden würden. Und auch wieder eine Vergleichsstudie, bei der es nur darum geht, eine physische Diagnose zu stellen bei körperlichen Leiden. Einmal im persönlichen Kontakt und dann einmal über eine Videokonsultation. Da sind die Untersuchungsbefunde und die vor allem die am Ende stehende Diagnose nahezu übereinstimmend bei unseren Rückenschmerzen. Und es hat eine hohe inhaltliche Gültigkeit, was bedeutet, dass sowohl auf der Konversationsebene zwischen den Patienten als auch auf der Ebene der medizinischen Befundstellung und Diagnostik eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen den beiden Medien, also direkt oder fern, besteht. Ja, wie Sie schon gesagt haben, auch viele von den Studien haben darauf hingewiesen, dass es technische Schwierigkeiten geben kann, durchaus. So, zur Forschung war das dann auch schon so ziemlich alles. Es ist jetzt so in dem Feedback zu den Webinaren öfters das Kommentar gekommen, ja, aber das sind alles Sachen, die uns als Osteopathen, ich weiß, dass viele von Ihnen noch Osteopathen sein werden, die gehen uns ja als Osteopathen nicht so richtig was an. Bei uns ist das anders. Ja, die Berührung stellt ein wichtiges Element dar in der osteopathischen Praxis, wenn nicht für viele auch subjektiv das Wichtigste, aber auch Sie sind sich dessen bewusst, dass vieles davon nicht unbedingt reproduzierbar ist und das bezieht sich auch auf Sachen wie orthopädische Tests und da wäre das Argument im Moment zu sagen, okay, wir können uns darauf jetzt einfach nicht mehr stützen. Vielleicht müssen wir uns darauf zurückbesinnen, was wir sonst noch so alles machen und uns vor allen Dingen in dem, was wir sonst noch machen, verbessern und da jetzt im Moment unseren Schwerpunkt legen und uns aber auch selbstbewusst damit auseinandersetzen, was wir denn sonst noch alles leisten können. Das wäre so der Geist, in dem ich Ihnen dieses Seminar präsentieren würde. Also gar nicht, um Ihnen die manuelle Praxis schlecht zu reden, ganz im Gegenteil, sondern einfach pragmatisch zu sagen, wir können noch viel, viel mehr und vielleicht ist das hier jetzt gerade auch eine Möglichkeit, unseren nicht manuellen Anteil der Behandlung zu erweitern, uns darauf zu konzentrieren, was wir alles noch machen können, uns da auch vorzubilden und vielleicht am Ende dann sogar als ein runderer Therapeut, Therapeutin aus dem Ganzen hervorzugehen, so anstrengend und schwierig, wie die Situation gerade ist, denke ich, bietet sie doch Entwicklungspotenzial. Nach dem kleinen Einschub widmen wir uns dann auch gleich wirklich dem ganz Praktischen und hier stellt sich erst mal die Frage Video oder Telefon. Da sagen die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die da Erfahrung haben, aber auch die Forschung, Video bietet dann doch nochmal einen Vorteil, einfach weil es eine weitere Informationsebene ist und insbesondere im muskuloskelitären Bereich nützt es sehr viel, doch auch was sehen zu können, auch wenn es nicht der hundertprozentige Rundumblick ist, wie wir in der Praxis selbst haben. Zu Hardware- und Softwarefragen, ein paar Hinweise, zum Beispiel empfiehlt es sich vielleicht, zwei Instrumente zu haben, einmal den Rechner und dann einmal vielleicht am Handy oder auf einer externen Kamera, bei der Kamera, unter anderem, wenn sie, oder insbesondere, wenn sie virtuelle Notizen machen, also digitale Notizen machen, um zum Beispiel auch das Tippgeräusch zu reduzieren. In Sachen Software ist die grundlegende Frage, nehme ich was, was ich auch verwende, um mit meinen Großeltern zu kommunizieren oder nehme ich eine professionelle Lösung. Da gehen die meisten nicht professionellen Sachen tatsächlich recht gut, haben aber so ein paar Nachteile. Eins davon wäre, dass sie zum Beispiel keinen Warteraum haben, was sie bei anderen professionelleren Lösungen verwenden können. Also das heißt, dass der Patient dann unter Umständen einfach auf ihrem Bildschirm auftaucht oder sie den wegdrücken müssen, wenn sie gerade noch keine Zeit haben. Das ist dann vielleicht nicht ganz so elegant und es ermöglicht ihnen vielleicht auch nicht, das Ganze rund einzuschließen in ihre anderen digitalen Patientenakten. Der erste Schritt ist erstmal ein bisschen nicht furchterregend, aber respekt-einflößend und natürlich würden sie das Ganze nicht einfach so erstmal starten und morgen früh gleich eine Telefonkonsultation organisieren, sondern sie würden darüber nachdenken, wie das in ihren gesamten Praxisablauf einpasst. Insbesondere, wenn sie eine größere Praxis haben, machen sie sich vielleicht wirklich ein Diagramm und schreiben sie drauf, was der Patient wo bekommt, wann findet Kontakt statt, auf welchem Wege, welche Informationen muss ich dem Patienten, der Patientin vorher zukommen lassen, welcher Rolle kommt da bei meinem Personal, meinem Praxispersonal zu, aber auch praktische Sachen, wie wickele ich den ganzen Termin ab, wie kriege ich den Patienten an die Software oder wie mache ich das dann hinterher mit der Bezahlung und mit dem Einbuchen von neuen Terminen. Das ist sehr, sehr individuell, je nachdem, wie sie ihre Praxis aufgebaut haben und was Patienten bei ihnen sonst bekommen. Insofern da nur der Hinweis, machen sie sich vorher Gedanken und natürlich fangen sie das Ganze nicht erst gleich, nicht nur am Patienten an, sondern probieren sie das erst mal an einem Kollegen oder einem Familienmitglied aus und was auch immer am Abend vorher funktioniert hat, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es am nächsten Morgen beim echten Termin dann nicht klappt. Deswegen ist es immer empfehlenswert, einen Plan B bereit zu haben. Also bevor es losgeht, vor der ersten Konsultation, schauen sie, dass alles da ist, was sie brauchen. Damit meine ich nicht nur die technische Ausrüstung, sondern wenn sie zum Beispiel viel mit Übungen arbeiten, auch entsprechendes Übungsmaterial und gleichzeitig aber auch, dass sie Zugang zu den Patientennotizen und so weiter haben. Ihr Arbeitsumfeld ist da jetzt ein bisschen anders. Das ist unter Umständen ihr Schlafzimmer oder ihr Wohnzimmer. Das sieht der Patient und entsprechend wollen sie natürlich auch dafür sorgen, dass es da gut aussieht oder halbwegs vernünftig aussieht. Genauso wie mit ihrer körperlichen Erscheinung, insbesondere in Isolation, wie die meisten sich hier gerade befinden. Es zertrennt dann ja doch eher zur Jogginghose. Die können sie sich vielleicht noch erlauben, aber obenrum sollte das Ganze auf jeden Fall professionell aussehen. Und auch nicht nur das, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass sie die ein oder andere Übung vormachen. Also seien sie sich dessen bewusst und stellen sich darauf ein. Unterbrechung vermeiden. Bei mir ist es jetzt 20 nach 7. Normalerweise halte ich die Webinare auf Englisch um 8 Uhr. Das ist auch Schlafenszeit von meinem Sohnemann. Deswegen bin ich jetzt gerade hier sehr bewusst, dass er jeden Moment um mich gekommen kann. Gerade so ein Vierjähriger wird nicht mal von einem Bachhund ferngehalten. Also unterbinden sie, wenn es irgendwie geht, Unterbrechung. Das Bild hier ist aus einer, von den Abendnachrichten im BBC vor ein paar Jahren. Da sind die beiden Kinder des zugeschalteten Experten reingerannt. Und dann kam die, kam eine Dame auf allen Vieren hier reingekrochen und habe versucht, die rauszuschleppen. Was ein riesen YouTube-Hit geworden ist. Das ist erst mal witzig. Wenn Sie aber mit einem Patienten reden, bietet das noch eine andere Problematik, nämlich die, der, der, der Verschwiegenheitspflicht und des Datenschutzes. Also Sie sollten auch durchaus sicherstellen, dass der Patient sich sicher und aufgehoben fühlt und Sie müssen gewährleisten, dass niemand anderes auf der Leitung mithören kann, aber gleichzeitig auch nicht bei Ihnen im Umfeld sitzt und Patientendaten unter Umständen sensibles Material zu hören bekommt. Während der Konsultation selber geht es viel um Detail. Erst mal fangen Sie die nicht einfach so an, sondern Sie nehmen sich vorher Zeit, auch die Patientenakten durchzuschauen. Gegebenenfalls haben Sie keinen Zugang gerade, wenn es ein Folgepatient ist und die Praxen in Ihrer Praxis sind, in die Sie gerade nicht kommen. Das kann durchaus passieren im Moment. Dann müssen Sie das sagen und unter Umständen oder den Patienten darauf vorbereiten, dass es doch noch mal zehn Minuten länger dauert, weil Sie die erst Anamnese noch mal für Ihre Dokumentation machen müssen. Die Identitätsprüfung ist relativ einfach, speziell über Video. Falls Sie eine Telefonkonsultation haben, entbietet sich meistens eine Dreiwegs- Identitätsprüfung an, der Name, die Adresse und das Geburtsdatum abzufragen und das dann entsprechend auch zu dokumentieren. Bei Privatsphäre wird jetzt auch die Privatsphäre des Patienten gemeint, also Sie fangen den Termin an und stellen dann aber auch sicher, dass die Patientin der Patient sich in einem Raum befindet, in der sich wohlfühlt und über Themen sprechen kann, die medizinischer Natur oder persönlicher Natur sind. Das können Sie nicht einfach so voraussetzen. Der Patient weiß das unter Umständen auch nicht, was da genau auf Sie zukommt bei einem Ersttermin. Das heißt, so eine Information könnte man zum Beispiel zusammen mit der Frage, welche Klamotten könnte man denn tragen für so einen Termin, je nachdem, wenn Sie Übungen mit den Patienten machen wollen, könnte man dem Patienten schon vorher zukommen lassen, mit einer E-Mail oder man klärt das als Teil der ersten fünf Minuten, in der Sie den Patienten durch die technischen Details führen, aber auch die Erwartungshaltung abklären und genau sagen, was da auf die Patientinnen und Patienten zukommt. Neben der Privatsphäre gibt Ihnen die Videokonsultation natürlich auch schon visuelle Hinweise. Das ist ein interessanter Punkt tatsächlich, denn normalerweise sehen Sie den Patienten in Ihrer Praxis, also ziemlich aus dem natürlichen Umfeld herausgerissen und jetzt auf einmal sind Sie im Wohnzimmer oder in der Stube des Patienten. Das sind zusätzliche Hinweise für Ihr psychosoziales Verständnis des Patienten und gleichzeitig sehen Sie natürlich auch wie vielleicht in leicht abgeschwächter Natur, insbesondere wenn das Bild ein bisschen pixelig ist, wie vielleicht gerade bei mir, sehen Sie natürlich auch vieles im Äußeren des Patienten, der Patientin. Sie müssen eine Einverständniserklärung einholen und das dann auch dokumentieren, mindestens verbaler Natur und was zu Einverständnis gehört, besprechen wir nachher noch ein bisschen genauer. Speziell ist aber jetzt hier schon darauf hinzuweisen, vieles von dem, was Sie sonst machen, ist hier gleich, aber das, was anders ist, sollten Sie dem Patienten durchaus verständlich machen und die Patientin darauf hinweisen, was Sie nicht erwarten kann unter Umständen. Zur Dokumentation empfiehlt sich ein Headset zu haben, insbesondere um so Sachen wie Widerhalt zu vermeiden und wenn Sie Vorlagen haben, die in der digitalen Natur oder Ausdrucke, dann haben Sie natürlich auch vorhanden. In der Kommunikation, das ist was, was auch aus den Studien am Anfang hervorgekommen ist, was, wo Telekommunikation natürlich der persönlichen Kommunikation ein bisschen nachhängt, ist so dieses tiefen Verständnis, sowohl das medizinische Erkunden des Problems als aber auch dieses in den Kontextstellen des Patienten in deren psychosozialen Umfeld. Aber auch dieses interpersonelle, also eine Beziehung zu dem Patienten und der Patientin aufzubauen, ist gar nicht so leicht. Ich persönlich rede gerade nur mit meinem Rechner, ich habe gar kein Bild von Ihnen hier, das finde ich sehr, sehr irritierend, aber Sie finden das vielleicht gar nicht so verkehrt, weil Sie doch das Gefühl haben, ich schaue Sie an. Das liegt daran, dass ich die ganze Zeit in dieses kleine Löchlein in dem Laptop schaue, was ich natürlich nicht die ganze Zeit gewährleisten kann und wenn ich Notizen mache, dann müssen Sie dem Patienten auch sagen, was Sie da machen, weil Sie sehen nicht, was ich hier unten mache. Es könnte sein, dass ich einfach nur mein Handy checke, das heißt, machen Sie vieles von der Kommunikation explizit. Wenn Sie Notizen machen müssen, sagen Sie, okay, danke, ich höre Ihnen weiter zu, aber ich tippe das kurz hier auf und dann machen Sie das sehr, sehr deutlich. Und Empathie zu zeigen, funktioniert natürlich noch viel, viel mehr jetzt hier über Mimik und über auch diese Art von Augenkontakt, selbst wenn die ein bisschen seltsam ist. Und ein witziger Trick bei Videokonsultationen ist, Sie schauen den Patienten an, aber unter Umständen ist Ihr Patient oben rechts in der Ecke und dann sieht es für den Patienten nicht mehr so aus, als ob Sie ihn anschauen würden. Das heißt, der Trick da ist, das Videofenster unter die Kamera zu ziehen und dann geht es meistens relativ gut. So, wenn Sie dann technische Probleme haben, dann haben Sie folgende Möglichkeiten, das Ganze nochmal anzufangen, der Klassiker, das vielleicht zu verschieben und nochmal neu zu probieren oder aber auch, und die Möglichkeit muss immer gegeben sein, Patientin oder Patientin kann sagen, das ist, glaube ich, nichts für mich, lassen wir das einfach. Und auch dann müssen Sie sich da nicht schlecht fühlen, sondern es gehört dann zu der Erfahrung auch dazu, jetzt gerade. Am Ende der Konsultation, ähnlich wie in der Praxis, wollen Sie auf Nummer sicher gehen, dass Sie und der Patient auf derselben, auf derselben Seite sind, das ist eine englische Formulierung, Entschuldigung, to be on the same page, dass Sie dasselbe verstanden haben und dasselbe meinen. Das heißt, lassen Sie sich die Ergebnisse bestätigen von dem Patienten unter Umständen zusammenfassen oder verwenden Sie Fragen auf eine Frage, ob die Erwartung des Patienten erfüllt worden ist oder ob es noch offene Fragen gibt. Dann klären Sie so Praktikalitäten, wie auf welchem Wege sollen Nachsorgenachrichten zugelassen werden. Rufen Sie nochmal an, schreiben Sie eine E-Mail oder eine Textnachricht, was ist da das bevorzugte Medium und dann notieren Sie das natürlich auch. Und gleich ist dann für Folgekonsultationen, auf welche Art und Weise sollen die stattfinden. Haben Sie dafür alle notwendigen Kontaktdaten? Das ist auch so ein Ding bei Videokonsultationen. Insbesondere nicht professionelle Software benötigt auch relativ viel hin und her, um die entsprechenden Kontaktdaten ausgetauscht zu haben. Bei professionellen Sachen funktioniert das meistens sehr, sehr elegant mit einem einzigen Link. So, und den Anruf zu beenden, klingt erstmal ziemlich einfach, aber auch da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass das ganz schön viel versauen kann, wenn das in die Hose geht. Wenn Sie also einfach auflegen, weil Sie der Meinung sind, okay, das war es jetzt und auf Wiedersehen und tschüss und auflegen und der Patient aber nicht so ganz dieses selbe Gefühl hatte, dann kann das sehr, sehr abrupt wirken und der Patient kann sich ein bisschen abgeschnitten vorkommen. Was dann einen Nachgeschmack lässt, der unter Umständen die gesamte ansonsten gute Konsultation in den Schatten stellt. Also auch da wieder der Hinweis, machen Sie das möglichst explizit, indem Sie sagen, indem Sie vielleicht nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gemacht haben, wie Sie verblieben sind, Fragen ermöglicht haben und dann sagen, gut, ich glaube, dann haben wir jetzt das Ende unserer Konsultation erreicht. Ich werde Sie, wie besprochen, in drei Tagen anrufen und Sie machen bis dahin das, was wir gerade besprochen haben. Ich lege dann jetzt auf, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Ich drücke jetzt auf den roten Knopf und dann können Sie das machen und dann kommt das Ganze nicht als Überraschung. So, nach der Konsultation, wir gehen natürlich davon aus, dass Sie innerhalb von den nächsten paar Wochen geschäftiger wird, dann haben Sie unter Umständen die eine oder andere Videokonsultation nach der anderen. Wie in der Praxis empfiehlt es sich, da ein bisschen Verwaltungszeit zu lassen, insbesondere wenn Sie halt keinen virtuellen Warteraum haben und sich auf den nächsten Patienten vorzubereiten, zum Beispiel, indem Sie die Notizen durchsehen. Nachsorgekonsultationen sind etwas, was ein bisschen anders ist als in der Tagespraxis. Viele von Ihnen rufen unter Umständen Patienten an und klären Fortschritte ab. Das ist aber eher unüblich, soweit ich weiß. In der Videokonsultation bietet sich das an, denn vieles von dem, denn alles, was Sie in der Konsultation selber machen, wird erstmal nichts verändern an dem Patienten. Das ist ein großer Unterschied zu der Hands-on-manuellen Therapie, bei der zumindest eine kurzfristige Schmerzlinderung doch häufig und als erster messbarer Effekt eintritt. Nichts davon ist in der Videokonsultation zu erwarten, was bedeutet, dass Sie aber auch für den Patienten, die Patientin, die Möglichkeit offenhalten wollen, den erwarteten Fortschritt möglichst engmaschig und zeitnah zu überprüfen. Aber auch, weil Sie sich natürlich jetzt viel mehr auf Ratschläge und Selbstmanagementprogramme verlassen müssen in Ihrer Therapiewahl, wollen Sie sicherstellen, dass Sie da den Patienten nicht drei Wochen lang mit was alleine lassen, was für die Person jetzt nicht so funktioniert oder wo vielleicht noch der Fragebedarf besteht, sondern rufen Sie an, klären Sie, was funktioniert hat, was nicht so gut geklappt hat, aber auch, ob die Symptome sich wie erwartet verändert haben. Das sollte nicht aus heiterem Himmel erfolgen, sondern machen Sie zumindest klar, an welchem Vormittag und Nachmittag Sie sich melden werden, auf welche Art und Weise und viele Leute empfehlen oder viele Leute verwenden das als Teil dieses Erstpakets. Also das lässt sich dann halt auch für die Werbung in Anführungszeichen verwenden, dass es eben nicht nur eine einmalige Videokonsultation ist, sondern eher so ein längerfristiges Management. Gut, dann kommen wir zu den medizinischen Fragen, nämlich die Frage erstmal, ist dieser Patient, die Patientin gerade überhaupt jemand, den ich über Videokonsultation betreuen sollte? Das ist natürlich nicht vorweg gesagt, nur weil ich jetzt gerade die ganzen Studien zur relativ guten Evidenzlage aufgelistet habe, dass das auch für jedermann das Richtige ist. Ganz im Gegenteil, Sie haben auch hier die Frage der Triage, ob das im Rahmen Ihres Praxis- und Kompetenzrahmens ist. Das unterscheidet sich nicht viel von dem persönlichen Konsultationen, aber auch hier muss das Ganze explizit gemacht werden. Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, das kann man laufen lassen, vielleicht ein bisschen beobachten und abwarten und wenn Sie Zweifel haben, eine engmaschigere Telefonnachsorge durchführen, Sie haben die Möglichkeit, eine zweite Meinung einzuholen, zum Beispiel von einem Hausarzt, da die Empfehlung, ein Netzwerk aufzubauen, das Sie unter Umständen schon haben und die Leute darauf vorzubereiten, dass Sie vielleicht eine zweite Meinung brauchen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind in Ihrer Differenzialdiagnose und dann gibt es natürlich die Fälle, in der eine sofortige Überweisung notwendig ist. Allerdings ist hier die Einschätzung, dass da in der aktuellen Situation, gerade wenn sich das jetzt noch zuspitzt mit der Corona-Pandemie, dass sich da die Stellenwerte für so eine Überweisung durchaus verschieben können. Wo Sie vielleicht vorher gesagt hätten, okay, da ist mir jetzt dann doch mal eine zweite Meinung lieber, da unterscheidet sich jetzt oder da hat sich vielleicht die Kosten-Risiko-Abwägung in den letzten Wochen verändert, insofern, dass Sie nicht jeden wieder, gerade in England hier die Notaufnahme schicken wollen oder auch viele Leute, insbesondere aus Risikogruppen, überhaupt den Weg nach draußen oder insbesondere den Weg zum Arzt möglichst unterlassen sollten. Also da unterscheidet sich vielleicht gerade Ihre eher vorsichtige Überweisungsentscheidung momentan und Sie nehmen da vielleicht ein bisschen mehr hin. das allerdings ist nichts, was Sie alleine entscheiden sollten, sondern das ist was, was im Gespräch mit dem Patienten evaluiert werden sollte. Also Sie sollten da ganz klar machen, wie die Situation ist, was die Befundung angeht und was Sie normalerweise machen würden, dass Sie dann zum Beispiel in solchen Fällen vielleicht auch gleich eine Zweiteinigung einholen würden, jetzt aber in der aktuellen Situation auch die Möglichkeit zur Verfügung stellen würden, dass Sie einfach in ein, zwei Tagen nochmal anrufen und gucken, ob sich das Ganze dann verändert hat. Das ist was, wozu der Patient einwilligen muss und was Sie dann auch entsprechend dokumentieren wollen. Okay, eine von den, einer der großen, der großen Fragezeichen ist natürlich der rechtliche und regulatorische Kontext und das unterscheidet sich auch von Land zu Land, also Leute, die jetzt zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz dabei sind, denen muss ich sagen, dass sie sich da tatsächlich nochmal individuell informieren müssen, aber wir haben uns hier in Deutschland darum gekümmert, wie die Sache aussieht und der VOSD ist einer der wenigen Vereine, der hier überhaupt eine Einschätzung dank Frau Elena Gerke gemacht hat, was die rechtliche Situation anbetrifft. Wir haben versucht, wirklich alle großen Physiotherapeutischen und Heilpraktiker Verbände zu erreichen und haben hier niemanden dazu bewegen können, eine Stellungnahme zu machen, was die Berufspolitik angeht, aber auch keine rechtliche Einschätzung zu liefern. Allerdings hat das wie gesagt Frau Elena Gerke, die auch Juristin ist, gemacht mit einer Kollegin, die sich da auskennen und ich hatte auch das Vergnügen mit einem Professor Hahn von der Hochschule Gerlitz zu telefonieren der Medien und Medizin Rechten ist und sich seit Jahren für die Verbreitung der Telemedizin in Deutschland reinsetzt. Was ganz Spannendes hier ist, dass das Heilpraktikerrecht, wie er sagte, ein Reflexrecht ist, das oft dann den Regulierungen für Ärzte folgt und bei den Ärzten hat sich in den letzten zwei, drei Jahren schon vor Corona ziemlich viel getan, was Telemedizin ermöglicht und vereinfacht hat. Aber es gibt ein paar Voraussetzungen dafür, dass Telemedizin überhaupt angeboten werden darf. Es ist eine Einzelfallentscheidung, das heißt, keine pauschale ich behandle alle Patienten nur über Videosache, das heißt, er benötigt auch jedes Mal eine Einzelfall Einschätzung. Und das ist dann der Fall, wenn es in ihrer Art und Weise ärztlich vertretbar ist, das ist also eine medizinische Einschätzung, die dann ärztliche Sorgfalt gewährleisten muss. Und das bezieht sich auf die Art und Weise, wie sie ihre Befundung machen, aber auch auf die Art und Weise, wie sie beraten, wie sie behandeln und wie sie dokumentieren. In der Aufklärung gibt es ein paar Besonderheiten, die, wie ich eben schon gesagt habe, hauptsächlich darauf hinauslaufen, dass es, dass über die Besonderheiten einer ausschließlichen Teleberatung und Behandlung hingewiesen werden muss. Und dieser ganze Rechtsrahmen bezieht sich explizit auf den unbekannten Patienten. Also es geht hier nicht um Leute, die sie schon mal in der Praxis persönlich getroffen haben, sondern es geht wirklich darum, jemanden, die sie noch nie gesehen haben, nur digital zu betreuen. Das ist inzwischen im ärztlichen Recht möglich in Deutschland. Und die Erwartung ist, aber das ist keine Garantie, dass das Heilpraktikerecht da auch folgt. Aber im Moment sieht der Rahmen für Heilpraktiker so aus, dass es keine entsprechende Regelung gibt, aber deswegen wahrscheinlich die analoge Anwendung derselben ärztlichen Grundsätze zur Anwendung kommt. Und es gibt ein paar Hinweise, dass sowas machbar ist, speziell auch mit der Abrechnung. In der Gebührenverordnung für Heilpraktiker gibt es eine Ziffer, in der Sie auch eine Beratung mit einer kurzen Untersuchung per Fernsprecher abrechnen dürfen. Und ich nehme an, dass der Fernsprecher inzwischen auch das sogenannte Laptop-Gerät beinhaltet. Was die Abrechnung ansonsten angeht, gibt es keinen Grund zu vermuten, dass es insbesondere als Privatleistung abgerechnet ein Problem sein sollte. Aber auch da der Hinweis, vielleicht sich da lieber mit dem jeweiligen Versicherer kurz auseinander. Nach dem BGB kommt immer ein Behandlungsvertrag zustande und bei einer Behandlung oder dieser Behandlungsvertrag ist einerseits voraus, dass sie auch oder garantiert einerseits auch, dass sie entlohnt werden für das, was sie tun. Auf der anderen Seite sagt er auch, sie dürfen nicht unterhalb eines anerkannten fachlichen Standards. Allerdings ist da das Problem, dass die sägliche Neuerung, also auch eine technische Neuerung, wie die Telemedizin, erst mal als Standard Unterschreitung gewertet wird. Aber auch hier darf vom Standard abgewichen werden, sofern das konsultiert, also in Übereinstimmung und in Absprache mit dem Patienten erfolgt. Wie gesagt, im Moment beinhaltet diese Entscheidung auch eine veränderte Kosten-Nutzen- Abwägung. Da war ich mir mit dem Professor Hahn auch einig, dass es halt im Moment unter Umständen ärztlich nicht zu vertreten ist, gewisse wahrscheinlich gutartige körperliche Leiden persönlich zu behandeln, sondern sie vielleicht ihrer ärztlichen Sorge Sorge nachkommen nachkommen, indem sie solche Sachen über Telekommunikation abklären und beraten. Versicherungstechnisch ist das von den meisten Versicherungen abgedeckt, allerdings da bei die Erfahrung hier in England speziell, dass es kleine Details, dass der Teufel da ein Detail steckt und sie sich mit ihrem jeweiligen Versicherer auseinandersetzen müssen, welche Art der Plattform sie verwenden dürfen, welche Art der Konsultation sie anbieten dürfen und wie die Sachen gespeichert werden sollen. Wie gesagt, wir haben versucht mit Berufsverbänden in Kontakt zu kommen. In England war die Resonanz großartig, hier der General Osteopathic Council hat gesagt, dass das hier unvorhergesehene Zustände sind und niedergewesene Probleme, also was auch immer die Therapeuten machen können, um Praxis am Laufen zu halten und einen guten Service für die Patienten zu bieten, das sollten die auch einfach machen. In Deutschland war das Ganze eher, traf das Ganze eher auf weniger Resonanz, bis auf die VUSD, wie gesagt, aber ich denke, auch da können wir Parallelen einfach ziehen, dass das Ganze eine Möglichkeit ist, wenn sie dann dem anerkannten Standard ihrer Berufspraxis folgen. Und da, das sind wieder Punkte, die dann aus dem englischen Bereich gekommen sind, ist vor allen Dingen darauf hingewiesen worden, dass sie die Patientenerwartungen managen müssen und das beinhaltet hauptsächlich das Kommunizieren von den Grenzen dieser Telekommunikation und Konsultation. Also was sind Sachen, die Patienten nicht von ihnen erwarten können? Das Ganze muss gut kommuniziert sein, das Einverständnis muss eingeholt sein, aber Sachen, die immer in der Praxis der Fall sind, nämlich, dass sie sich im Rahmen ihrer Kompetenzen und ihres fachlichen Wissens und ihrer fachlichen Fähigkeiten bewegen sollten. Das schließt auch die Telemedizin ein, aber da sind sie gerade zum Beispiel in einem Webinar, das ihnen ihre Fachkompetenz hinsichtlich der Telemedizin erweitert und sie in eine gute Position setzt, da im Einklang mit ihren Berufsstandards eine neue Art der Beratung anbieten zu können. Dass sie dabei die Sicherheit und allgemeine Qualität der Praxis erhalten müssen, das brauche ich nicht nochmal zu sagen. Ein kurzes Wort zum Datenschutz. Da sind wirklich die gleichen Erwartungen wie bei persönlichen Konsultationen gegeben. Sie müssen das Ganze dokumentieren und entsprechend wegsperren oder schützen. Was ich Ihnen empfehlen würde, ist, dass Sie auch dokumentieren, welches Medium Sie zur Beratung und Behandlung genutzt haben und auch aufschreiben, welche Schwierigkeiten entweder interpersoneller Natur oder technischer Natur aufgetreten sind. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass die Art und Weise, wie Sie vielleicht dann schriftlich mit dem Patienten kommunizieren, wenn Sie zum Beispiel auch eine Erklärungs-E-Mail nach der Behandlung schreiben oder nach der Konsultation schreiben, dass das keinesfalls dann tatsächlich Patientennotizen ersetzen kann. Also SMS und E-Mails ersetzen das nicht. Sie brauchen immer noch Ihre gute Patientennotizführung. Nun bieten insbesondere Videokonsultationen auch zusätzliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel die der Aufzeichnung. Das ist wieder was, wo Sie jetzt in der Lage sind, einen neuen Nutzen zu erfahren oder einen Vorteil anbieten zu können, wo wir wahrscheinlich vorher versucht haben, nicht mehr als zwei oder drei Übungen dem Patienten zu geben, weil wir uns sicher waren, dass das sowieso nicht im Gedächtnis bleibt oder nicht gemacht wird. Da besteht jetzt die Möglichkeit, dass der Patient ein gesamtes vollständiges Übungsprogramm aufzeichnet, dass sie unter Umständen vortouren und das dann einfach auf Abruf wieder zur Verfügung hat. Wenn Sie das schaffen, dann sorgen Sie dafür, dass der Patient die Patientin das selbst aufzeichnet, dass Sie nicht unter in die Situation das Ganze die Daten zu schützen zu müssen. Falls Sie allerdings doch aufzeichnen, dann muss das Ganze auf einer verschlüsselten Festplatte, idealerweise einer externen Festplatte, also nicht dem Familiencomputer gespeichert sein oder Sie verwenden professionelle Online-Software, die das normalerweise auch gewährleistet im Rahmen mit diesen GDPR-Standards. So, dann machen wir weiter mit dem Einverständnis in der Telekonsultation. Einverständnis ist nicht einfach nur eine Sache, die Sie am Anfang schriftlich auf den Zettel drucken und dann abhaken. Ich weiß, dass es viele Leute in der Praxis machen, sondern es ist erstmal ein Hin und Her zwischen dem Patienten. Hier empfiehlt sich insbesondere in dieser neuen, für uns auch als Therapeuten neuen Situation am Anfang Dialog zur Einführung zu verwenden, indem Sie die Patienten darauf vorbereiten, was da auch dazukommt und dann natürlich über den gesamten Verlauf der Behandlung, der Untersuchung, der Beratung die Patienten mit einbinden durch aktives Zuhören, durch Zusammenfassen und Fragen stellen. Genau, das haben wir schon besprochen. Wenn Sie, Sie sollten auf jeden Fall den Kontext setzen und den Kontext auch erklären, also was ist hier der Rahmen in Sachen Datenschutz, was gewährleisten Sie, kann irgendjemand anders hier noch zuhören oder das sollten Sie sein, sind Sie auf einem verschlüsselten Kanal, kann jemand mithören, sind Sie allein im Raum, das sieht die Patientin oder der Patient nicht, Sie sehen nur das, was hinter mir ist, da könnte meine Großfamilie noch sitzen, das sind Dinge, die Sie vorher explizit klären sollten und Sie sollten auch offenlegen, wenn Sie, wie gesagt, nicht Zugang zu den Patientendaten haben, derzeit. Auch wichtig ist, und da ist es auch wieder einfacher bei Videokonsultationen, dass der Patient die Möglichkeit haben soll, die Konsultationen zu jedem Zeitpunkt zu beenden. Das ist hier einfacher, weil die einfach auf den roten Knopf drücken konnten, das ist vielleicht einfacher, als aus der Praxis hinauszulaufen, aber die Möglichkeit sollte immer bestehen und wie gesagt, Sie nehmen den Patienten an der Hand und erklären, was schrittweise auf Sie zukommt. mit dem, was ich eben gesagt habe, dass es nicht einfach nur so eine pauschale Übung ist, ein Verständnis einzuholen, meine ich auch, dass es sehr patientenindividuell ist. Also es geht auch um die Frage, was ist jetzt für den Patienten der Form gesetzt, im Moment kontextbezogen wesentlich und wichtig. Das gehört dann auch schon zu Ihrer Therapie und zu dem, was wir vorhin über Empathie gesagt haben. Es geht hier nicht darum, dass Sie sich in eine Art Callcenter verwandeln, das dann möglichst viele Patienten am Tag durchlotst, sondern die Kunst besteht dann bei der Telekonsultation doch darin, trotz des Mediums oder gerade dank des Mediums eine Beziehung zu den Patienten aufzubauen. Dazu gehört auch diejenigen in ihrem psychosozialen Kontext zu verstehen. Also zum Ablauf eines Einverständnisses, ist, wie gesagt, das sollte über die Behandlung fortgeführt werden, an einzelnen Behandlungsstellen, auch in der Manualtherapie generell. Es sieht so aus, dass dann die Therapeutin hier in dem Fall Patienten bei jeder Technik oder bei allem, was vorgeschlagen wird, über Vorteile, Risiken und Alternativen abklärt, aber auch über die Möglichkeit, nicht zu behandeln und damit einhergehend den natürlichen Krankheitsverlauf aufzuzeigen, wie das, was ist denn die normale Erwartung, wenn hier nicht behandelt wird. Da sollte vor der Anamnese und Untersuchung Einverständnis eingeholt werden, verbaler Natur, aber dann auch mindestens vor der Behandlung und das Ganze, die wichtigsten Einverständnispunkte und die Diskussion, die damit einhergeht, sollte aufgezeichnet werden. Kurz ein paar Slides zur Untersuchung und zur Behandlung. Da will ich Ihnen keine hundertprozentigen klaren Antworten geben, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache, aber Sie werden feststellen, dass Sie vieles davon schon können, vieles davon auch schon verwenden, gerade was die Behandlung angeht, in Anführungszeichen und bei der Untersuchung ist das ganz wirklich nicht anders als in der Praxis, abgesehen davon, dass Sie Ihren Palpationssinn nicht zur Verfügung haben. Aber vieles von dem insbesondere medizinischen Screening wird sowieso durch die Anamnese gemacht. Was hier wichtiger ist, ist auf die Red Flags einzugehen und da keine Ambiguität zuzulassen. Also wenn Sie sich nicht ganz sicher sind und denken, in der Praxis hätte ich das nochmal nachfühlen oder sowas, das geht hier halt nicht. Das heißt, fragen Sie da wirklich so lange nach, bis Sie sich sicher sind, was hier Sache ist und dokumentieren Sie das entsprechend auch. Sie können ein paar von den Tests verwenden, die Sie auch sonst in der Praxis verwenden, insbesondere Muskeltests, aktive Muskeltests. Das müssen Sie dann erklären, was auf den Patienten zukommt, vormachen und Sie müssen auch den Patienten darauf hinweisen, was denn die körperliche Reaktion ist. Also es könnte Schmerzen verursachen, was die Reaktion sein könnte. Und dann, wie auch in der Praxis, erwägen Sie dann je nach Befund, ob die Beratung weitergehen sollte oder ob das hier so ein Fall ist, in dem Sie doch weiterverweisen müssen an eine direkte persönliche Konsultation. Bevor wir zur Behandlung kommen, möchte ich den Rahmen setzen, dahingehend, dass wir das Ganze jetzt nicht einfach nur so machen, sondern in der totalen Ausnahmesituation. Jeder von uns hat damit glaube ich gerade zu kämpfen. Jeder von uns schätzt, schätzt seine persönliche Freiheit jetzt ein bisschen mehr als vorher und weiß, dass das Ganze auf die Psyche einen Einfluss haben kann. Da gab es gerade ein interessantes Paper in The Lancet, das sich mit den psychologischen Einflüssen von Quarantäne auseinandergesetzt hat und wie die dann speziell produziert werden können. Und Sie sind jetzt in einer Situation, in der Sie unter Umständen mit Leuten telefonieren, die Ihnen entweder schon vertrauen oder die anfangen Ihnen Vertrauen zu schenken, weil Sie sich persönlich und medizinisch mit denen auseinandersetzen. Also seien Sie sich dessen bewusst, dass das Ganze hier jetzt noch weniger körperlich ist, als es in der Praxis eh schon oft der Fall ist, sondern dass die psychologische Komponente eine viel, viel wichtigere Rolle spielt. Und speziell da bei Leuten in Quarantäne sind Sie vielleicht so, wie Sie früher die Einzigen waren, die über mehrere Wochen eine ältere Person mal angefasst haben oder so. Sind Sie jetzt vielleicht eine der wenigen, die längere Zeit über Video mit dieser Person verbringt. Und wenn Sie schauen wollen, wie der Einfluss der Quarantäne auf den psychischen Zustand ist, dann empfiehlt es sich zu untersuchen, ob der Patient versteht, was denn überhaupt hier von statten geht. Also um diesen Einfluss zu verringern, ist es wichtig, dass Leute verstehen, warum das notwendig ist gerade. Da sollten Sie speziell als Therapeut, als Heilpraktiker nicht der Versuchung erliegen, Fehlinformationen unter Umständen oder aber auch nur Spekulationen zu streuen, sondern Sie sollten sich wirklich auf das verlassen, was das Gesundheitsamt und das Robert-Koch-Institut da im Moment verteilt. Denn je mehr Unsicherheit da dann besteht, desto weniger ist unter Umständen dem Patienten geholfen, insbesondere wenn man gerade nichts an der Situation ändern kann. Also schnell und effektiv zu kommunizieren unter Umständen auch für Notfallanrufe zur Verfügung zu stehen ist extrem hilfreich. Und gleichzeitig wenn Sie schaffen mit Ihrer Beratung, mit Ihrem Gespräch und aber auch mit den Übungen, die Sie unter Umständen geben, die Langeweile zu reduzieren, dann ist das auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Psychische Gesundheit geht sowieso einher mit Sachen wie unter Muttenschmerz, chronischem Leiden, chronischem körperlichen Leiden. Das hat eine ganz starke Komorbidität. Also im Moment haben wir so 16 bis 19 Prozent der Weltbevölkerung oder insbesondere in unseren Breitengraden die psychologische Probleme haben. Das ist was, was wahrscheinlich über die nächsten Monate ansteigen wird und gleichzeitig dadurch, dass wir wissen, dass es eine Korrelation gibt zu zum Beispiel Rückenleiden, ist auch zu erwarten, dass auch die Zahl ansteigen wird. Das ist jetzt tatsächlich eine Zeit, in der man seine Patienten nicht alleine lassen sollte. Deswegen der Pragmatismus, der jetzt auch in diesem Webinar mitschwingt, da ist, denke ich, wirklich eine Rolle für uns im Moment noch vorhanden. ein paar Warnhinweise zu psychologischen Problemen. Es bedarf tatsächlich nur bei einer Minderheit der Patienten eine Überweisung. Das ist dann der Fall, wenn hier entsprechende psychologische Erkrankungen, Diagnosen vorhanden sind. Also das geht von psychotischen Episoden über posttraumatische Belastungsstörungen bis hin zu Persönlichkeitsstörungen, Missbrauch, Drogenmissbrauch und Sucht. Da sollten Sie sich damit bewusst vertraut machen, welche Dienste verfügbar sind bei Ihnen. Was funktioniert im Moment noch? Wo können sich Leute hinwenden? Sie haben vielleicht gelesen, dass häusliche Gewalt in diesem Isolationskontext ein Riesenproblem ist. Frauenhäuser überfüllt sind und nicht mehr zulassen oder nicht mehr neue Besucherinnen zulassen. Da sind Sie auch wieder in einer Situation, in der Sie unter Umständen Bescheid wissen müssen. Was eignet sich für Telekonsultationen? Das ist nur eine kleine Ideensammlung und ich würde Ihnen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, was Sie sowieso schon machen. Das Wichtigste denke ich, ist sich darauf zu besinnen, was Sie sowieso schon machen. Aufklärung und Rückversicherung sind zum Beispiel Dinge, die sicherlich bei Ihnen in der Praxis eine wichtige Rolle Rolle spielen. Jemand kommt mit einem akuten Rückenleiden zu Ihnen, hat vielleicht von Kollegen gehört, das muss jetzt hier mindestens ich ja sein, ich hatte damals auch früher zwei OPs und dann ist das richtig schlimm geworden. Unter Umständen spielt da ganz viel Angst mit, bei akuten Schmerzleiden, aber auch bei chronischen Schmerzleiden spielt vielleicht jede Menge pathologisierendes Verhalten oder pathologisierende Diagnosen, nicht zuletzt von Kollegen von uns, die eine wichtige Rolle die Patienten in eine Situation versetzt haben, dass sie meinen, eigentlich nichts mehr an ihrer Situation zu ändern, ändern zu können, katastrophieren und der Überzeugung sind, dass das Ganze hier nur noch viel, viel schlimmer werden kann. Sie haben alle schon erlebt, was passiert, wenn man dem Patienten nach einer guten Anamnese und guten Untersuchungen sagt, so schmerzhaft, wie das jetzt hier auch ist, kann ich Ihnen versichern, dass es hier nichts lebensgefährliches, nichts krankhaftes ist. Das wird auch wieder weggehen. Das an sich, diese Aufklärung und die Rückversicherung, bei Aufklärung natürlich dann noch ein bisschen mehr elaborieren und erklären, wie es zu sowas kommen kann, das an sich ist schon wirklich großer Wert und ist ein Teil ihrer Therapie. Also die Behandlung findet im Moment viel über die Kommunikation statt. Deswegen ist die Sprache, die Sie verwenden, auch das Vehikel Ihrer Behandlung. Also seien Sie sich dessen bewusst, welche Botschaften Sie damit verschicken, auch dahin gehen, womit Sie in der Praxis ganz gut klargekommen sind. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben hier eine Asymmetrie oder eine Läsion oder eine Dysfunktion, das ist in der Praxis im besten Falle nichts sagen für die Patienten, aber wenn Sie das jetzt über eine Videokonsultation machen, haben Sie da jemanden in eine Situation gebracht, in der die Person damit nicht viel anfangen kann und schon gar nicht auch nur Sie dafür bezahlen können, das zu verändern. Das heißt, versuchen Sie Sprache zu verwenden, die nicht pathologisiert, also nicht eine Erkrankung oder ein Problem aus etwas macht, sondern versuchen Sie Möglichkeiten und Selbstmanagement und gutartige Verläufe in den Vordergrund zu rücken. in Sachen Techniken in Anführungszeichen geht das von Entspannungstechniken, Achtsamkeitsmeditationen, die Sie unter Umständen anleiten können, bis hin zu psychologisch orientierten Interventionen, also Gesprächs- und Verhaltensinterventionen, aber, und ich denke, da haben viele von Ihnen, insbesondere wenn Sie einen physiotherapeutischen Hintergrund haben, dann Ihren Schwerpunkt ist das Verschreiben von Übungen. Zugleich ein kleines bisschen mehr, aber ich will noch mal kurz auf diese Rückversicherung eingehen, wie gesagt, auch aus der Überzeugung, dass das jetzt im Moment ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug unserer Praxis ist. Reassurance oder Rückversicherung wird oft aufgeteilt in eine affektive, also eine emotionale Komponente, die sich dann auf Empathie und diesen Rapport, also die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Behandler und Patient bezieht und gleichermaßen gibt es dann eine kognitive Komponente, da geht es eher darum, fachlich aufzuklären, Informationen zu bereitzustellen und aber auch Informations Hinweise für Selbstmanagement zu geben. Da sieht es so aus, dass wenn wir anschauen, welchen Effekt das Ganze klinisch hat, dass die affektive Rückversicherung die Patienten Zufriedenheit erhöht, also die Leute gerne zu Ihnen kommen, sagen, das ist ein ganz toller Therapeut oder Therapeutin, aber es hat nicht so richtig einen Einfluss darauf, ob sich die Symptome verändern und es hat auch nicht zur Folge, dass die Leute weniger Behandlung brauchen. Das ist eher bei der kognitiven Rückversicherung der Fall. Allerdings bedingen sich die beiden gegenseitig, also es geht nicht darum, dann zu sagen, die emotionale Komponente ist nicht so wichtig, ganz im Gegenteil, es scheint so zu sein, dass die affektive Rückversicherung die kognitive Rückversicherung verstärken kann. Also das ist nett zusammengefasst in dem Zitat People do not care what you know until they know that you care. Die wissen, es ist ihnen egal, was sie wissen, was du als Therapeut weißt, solange sie nicht wissen, dass es dir wichtig ist mit ihnen. Die Empfehlung hier, rein praktisch, ist zum Beispiel den Anfang der Konsultation auf affektive Rückversicherung aufzubauen, also Empathie zu zeigen, nachzufragen, was das emotional mit den Patienten macht und dann den zweiten Teil oder insbesondere das Abschlussgespräch eher auf einer kognitiven Ebene zu fahren, sodass das eine oder das andere bedingen kann. Dann zum zweiten Punkt, was sie machen können. Ich weiß, dass viele dann auf Übungen zurückgreifen werden sicherlich. Da gibt es diverse Plattformen, Online-Plattformen oder Programme, Apps. Manche von ihnen haben vielleicht dazu schon ein Abonnement. Wenn sie das haben, dann ist jetzt die Möglichkeit, da das Beste draus zu holen. Ansonsten gibt es jede Menge an kostenfreien Möglichkeiten, dem Patienten was zukommen zu lassen, von der Möglichkeit, selber Dinge aufzunehmen bis hin zu YouTube und Playlisten, die sie da selber erstellen können. Und hier in England haben wir bei der Recherche zum Beispiel das NHS Fitness Studio gefunden, wo sie kostenfrei Zugang auf jede Menge von Übungsklassen und Kräftigungsklassen haben. Da würde ich sie in Deutschland einladen, ihre Erfahrungen bei uns in der Facebook-Gruppe oder in dem Excel-Geteilten Excel-Sheet reinzuschreiben. Aber bevor wir zum Schluss dieses Webinars kommen, ein kurzer Hinweis dahingehend, dass es auch natürlich um sie geht. Wir sind alle selbst, die meisten von uns sind Freiberufler das ist sowieso eine Situation, in der man gerne mal in Zeiten arbeitet, in denen man es eigentlich nicht mehr machen sollte oder zu Tageszeiten. Jetzt im Moment natürlich vor einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation stehend, ist es wahrscheinlich noch so wichtig, umso wichtiger, einen disziplinierten Arbeits- und Probeplan einzuhalten. Gerade wenn Sie auf Videokonsultationen setzen, der Vorteil für den Patienten, dass nur ein kurzer Weg bis zum Therapeuten ist, ist unter Umständen für Sie ein Nachteil. Da würde ich empfehlen, das vorweg zu kommunizieren, dass Sie halt für den Patienten da sind, aber auch nicht mitten in der Nacht und auch nicht unbedingt auch am Sonntag oder sowas. Also kümmern Sie sich um sich selbst. Wir dürfen hier in England noch einmal am Tag für irgendeine Art des Sports hinaus. Das sollten Sie auch durchaus in Anspruch nehmen, wenn Sie das auch dürfen. Entspannen, gut essen, schlafen, aber auch sich sozial mit anderen Leuten über Telemedien auseinanderzusetzen, die Ihnen wichtig sind und die unter Umständen Ihnen notwendigen Halt in dieser nicht ganz einfachen Situation bieten können. Aber ich will mit einem positiven Kommentar aufhören. Wie gesagt, Sie haben sich gerade mit etwas auseinandergesetzt, was Sie und ich auch nicht vor ein paar Wochen noch in Erregung gezogen hätten und ich hoffe, dass Sie gesehen haben, dass da vieles dabei ist, wo Sie Ihren Praxishorizont erweitern können. Sie haben sicherlich ein paar Abstriche. Ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass die manuelle Komponente uns allen fehlen wird. Ich freue mich tierisch auf meinen ersten Hems-Sohn-Patienten hinterher, aber bis dahin lassen Sie uns das als Möglichkeit sehen, uns als Therapeuten und uns als Berufsgruppe weiterzubilden und weiterzuentwickeln und die Medien und Telekommunikation da als Möglichkeit zu sehen. Da können Sie zum Beispiel Teil unserer Lerngruppen werden. Wie gesagt, das Ganze ist offen und ohne irgendwelche Profitgedanken. Sie können sich das Webinar nochmal anschauen, das wird gerade aufgenommen und ist dann über die OSD verfügbar, aber auch über das University College of Osteopathy deren Websites. Sie können sich mit mir über Twitter verbinden gerne und hier unten steht noch ein Podcast, den ich Mitte der Woche mit einem aufgenommen habe. Da geht es auch um die Rolle der Kommunikation, insbesondere jetzt in der Zeit, in der die manuelle Möglichkeit wegfällt. Also wenn Sie das googeln oder über meinen Twitter-Account, ich glaube, ich habe es auch in der Facebook-Gruppe stehen, dann können Sie sich das gerne noch anhören, wenn Sie Lust dazu haben. Dann, bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich mich nochmal bei allen Teilnehmern, aber auch bei den Leuten, die an der Gestaltung mitgewirkt haben, bedanken und hier fürs Video als auch für Sie zu Hause sind die wissenschaftlichen Referenzen, wenn Sie da was brauchen, bitte sagen Sie Bescheid und dann gehe ich jetzt viermal in den Chat oder würde es auch öffnen für Lukas und Kollegen, was denn an Fragen angefallen ist durch den Zeitraum des Webinars hier. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich habe die Fragen fleißig durchgegangen und habe ein paar zusammengeschrieben. Es wurden noch nicht so viele gestellt, die noch nicht beantwortet wurden im Verlauf des Webinars. Eine, die häufig gestellt wurde, war die Frage nach den Programmen, also welche Programme sind zu empfehlen bei der Nutzung von Telefonkonsultationen. Ja, also ich denke so manche Sachen kennen sich schon, Skype hat dann oft das Problem, dass die Qualität hakt, Zoom ist im Moment sehr im Kommen, Automating hat soweit ich weiß auch diverse Angebote im Moment, weil die Situation schwierig ist, deshalb da könnten sie unter Umständen mit einer kurzfristigen Registrierung ohne Kosten wegkommen. langfristig lohnt es sich, sich mit professionellen Sachen auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass da in der Facebook-Opischen Fehl-Diskussion gelaufen ist, kenne mich mit den deutschen Programmen selber nicht aus. Also ich habe hier ich glaube vielen haben noch Gedanken glaube ich, was hier das Wegfallen der körperlichen Komponente angeht, wenn ich das richtig sehe. Geht es darum, nur eine Anamnese zu stellen und dann den Patienten an andere Stelle zu verweisen oder zu beruhigen oder ist hier eine Placebo-Behandlung geht es eher um psychische Anteilnahme also vielen Ausführungen der diagnostische Handgriff also noch anleiten, welche Möglichkeiten hat der Osteopath und wie soll die Behandlung inhaltlich aussehen. Wie gesagt, ich würde es wirklich ihnen selbst überlassen zu gucken, womit sie sich auch sicher fühlen. Wenn sie nie Übungen verschrieben haben, ist das jetzt vielleicht nicht der Moment, sich einfach was auszudenken, sondern entweder setzt man sich damit vorher auseinander und bildet sich da kurz, bildet sich da selbst weiter oder man verwendet Hinweise und Empfehlungen, die man vorher schon verwendet hat. Ob das eine Meditation ist oder Ernährungsaufklärung, Bewegungsgeschichten, das bleibt ihnen überlassen. Also vielleicht hilft es. Noch was, Lukas? Ja, eine weitere Frage, die noch häufig gestellt wurde, war das Thema Abrechnung. Also in welcher Form rechne ich diese Konsultation? Geht es da um die Form oder um den Preisrahmen? Kannst du das anschätzen? Nicht gefragt, aber wahrscheinlich ist er auch interessant. Es geht in die Abrechnung aus Form, ja. Moment, ich probiere das gerade ein bisschen lauter zu machen. Also, zum Preisrahmen, da gibt es so zwei Schulen, die einen würden sagen, das ist nicht so viel wert, wie das, was ich in der Praxis mache. Insbesondere, wenn man der Meinung ist, dass vieles dann doch über die manuelle Komponente läuft. Andere sagen, das ist meine Zeit, ich bin gut dazu ausgebildet. Und auch da wieder mein Hinweis, machen sich dessen bewusst, was in so eine Behandlung alles von Ihnen mit reinfließt, an Fachwissen und an differenzial diagnostischer Fähigkeit. Das ist, denke ich, durchaus auch sein Geld wert. Also, die andere Schule sagt dann, meine Zeit ist genauso viel wert, wie wenn ich die persönlich in der Praxis mit Leuten verwende. Aber so als Erfahrungswert reduzieren die meisten Leute ihren Standard- Tarifen klein und schönen Abend. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.